Kurt Schwitters 1887-1948 Ausgerenkte Kräfte Märzbild 1920 Verfallene Eintritts- und Fahrkarten, abgestempelte Briefmarken, das Fragment einer Schlagzeile und vieles mehr hat der Künstler für sein Werk zusammengefügt. Es sind wert und funktionslose, gebrauchte und zum Teil kaputte Relikte der Alltags- und Konsumwelt. Mit seinem Werk verhilft Schwitters diesen Gegenständen zu einer neuen Bedeutung. Das Bild ist kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges entstanden. Der Krieg hat, wie der Titel sagt, die Kräfte ausgerenkt. Was zuvor als gut, wahr und schön gegolten hatte, war suspekt geworden. Schwitters gehörte zur Gruppe der Dadaisten, die mit ihren Werken nicht gefallen, sondern provozieren wollten. In einem Rückblick auf die Entstehungszeit des Bildes hat er geschrieben Aber damit war der ganze Schwindel, den die Menschen Krieg nennen, zu Ende. Ich verließ meine Arbeitsstelle ohne jede Kündigung und nun ging's los. Nun begann das Gären erst richtig. Ich fühlte mich frei und musste meinen Jubel hinausschreien in die Welt. Aus Sparsamkeit nahm ich dazu, was ich fand, denn wir waren ein verarmtes Land. Man kann auch mit Müllabfällen schreien, und das tat ich, indem ich sie zusammenleimte und nagelte. Kaputt war sowieso alles, und es galt, aus den Scherben Neues zu bauen. Die strahlenartig und diagonal gesetzten dunklen Farbflächen bilden einen künstlerischen Malgrund. Dieser zeugt von der Dynamik der damaligen Zeit und erinnert gleichzeitig an die Gestaltungsmittel des Kubismus und des Futurismus. Die Umrahmung des Werkes hat der Künstler selbst angefertigt. Sie ist ohne große Sorgfalt aus rohen, schwarz gestrichenen Dachlatten zusammengenagelt worden und passt gut zum Bild. Doch sie entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen eines Rahmens, welcher einem Bild zusätzlichen Wert verleihen soll. Mit seiner Collage gelingt es dem Künstler, ein eigenwilliges, aber doch sehr genaues Abbild seiner Zeit zu vermitteln. Besuchen Sie das Kunstmuseum Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter. Und dann können Sie die Werke im Original. Und dann können Sie die Werke im Original. Untertitelung.